Willkommen zurück zu Sniper Elite, Zaller Elf, WePlaywoodSchool, LabraBaba, Simsalabim Und in der letzten Folge wollte ich ja hier auf das Ding, ist das hier oder wie ist das gemeint? Egal Ich will hier auf das Türmchen Oder kommen wir hier hinten lang? Natürlich nicht Oh Gott, warum sind denn hier so viele von denen? Ja, ne Alter, willst du mich verarschen? Ich hätte hier durchgehen können Boah Kriegst du doch eben zu viel Was war hier mit Ach, egal Dann klettern wir eben hier hoch Mir doch egal Geil Komm mal hier hoch Geil Komm mal hier hoch Geil Komm mal hier hoch Wieso hat der mich jetzt gesehen? Bleibt der Flieger? Ach 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 Ich bin nicht allein Die laufen hier alle schön im Kreis. Kommt der jetzt hier hoch? Der kommt hier hoch. Das man bei denen immer so viele Schüsse braucht. Vorsicht! Wer ist hier irgendwo? Willst du jetzt auch noch hier hoch? Der muss hier irgendwo sein! Lass mal der hier weg. Der geht mir so auf den Piss. Na los! Wo man so lange auf der Flie erwarten muss. Ich hab die Halsschlag-Ader getroffen oder sowas. Alter! Wie ist denn der drauf? Boah! Boah! Hier... Scheißegal! Jetzt wird drauf geschossen. Wenn sie alle schnell noch tot sind. Herz und Lunge, wie immer. Na egal! Es tötet. Eine kleine Mücke, aber tödliche Wirkung. Das dürfte doch gar keiner da sein. Da hinten rennt noch einer. Du kannst. Du kannst. Du hast das. Ich kann das. Du kannst. Siehste? Keiner da. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Wir sollten da hin, aber wir rennen erstmal hier oben hin. Und vorher zu dem Nest. Zeit einverstanden? Wenn nicht, Pech. Ich glaube, der Turm ist damit gemeint. Kann er sein? Ja. Da gibt es Munition. Natürlich gibt es hier nur Granaten. Nichts Ungewöhnliches zu finden. Doch hier ist was. Lieber Martin, Pech, seine Mutter lässt fragen, ob du die Pyramiden schon gesehen hast. Wie ist ein Sniper? Wie es hier wäre? Wie frech. Alter, wie man hier jetzt mal was sieht. Und da ist noch einer. Scheiße. Ich wollte aber unbedingt. wissen Sie natürlich, wo ich bin, ja. da ist noch. Ja, lauf mal hin. Los, 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 los. Ich hoffe, es war der Einzige. Alter, wo ist denn noch einer? Da rennt er. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was, solange wie der da rumhängt. Du wirst nicht, wo ich bin. Du wirst nicht, wo ich bin. Sag ich doch. Jetzt klettern wir hier runter. Gehen zur letzten Flak. Machen die kalt. Viele von den Affen hier dürften ja nicht mehr rumrennen. Hm, Viehschutz ist ja nicht. 24 Meter, ich komme natürlich, ja genau, kommen wir nicht rein. Da ist sie ja! Da ist sie ja! Warum zum Henker musste der schreien? So, jetzt rennen wir bis hierhin wieder zurück. Und hoffen natürlich, den habe ich gesehen. Das hier sehen, hier oben ist einer hier lang gerannt. Den hole ich mir. Booyakaja. 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 Sind es nur die zwei? Gott, dass der mich nie gesehen hat. Ja. 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 Finale. Hall encompass. Hall ec. Hall ec. Hall. Hallesch. Hallec. Hall ec. Ok, Körpertreffer sind langsam langweilig. Lasst mich nicht sehen, lasst mich nicht sehen. War doch bestimmt nicht nur der einzige Sniper, der hier rumgerannt ist. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Kann ja nicht wahr sein, dass du deinen Kopf gerade wegdrehst. Oh Gott, ich glaub wir schießen dir ne Nase weg. Naken Arm oder so. Schleiter. Wo sind denn die ganzen Sniper hin? Wo ist denn hier noch einer? Ich würd schon sagen. Jetzt geh mal da hinten hin. Können wir ja hier durch. Geh doch hier runter! Ups. Hier war aber ein Sniper drauf. Den hab ich eindeutig gesehen. Wie viel Schuss hab ich noch? Das hätte so geil gepasst jetzt aber. Oh. 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 Da kriegt doch der Frosch Latia mit so welchen. Jemand hat ihn getötet! Jemand hat ihn getötet! Den denn? Ach den hat er gesehen. Oh, hier hat er der Ladehemmeruhr. Ich wäre hier am Sack gewesen. Zurück mit dir. Wenn ich meine Schüssel teile, hört sie niemand. Es gibt mir Munition. Soll ich denn überhaupt hin da hoch oder was? Ach komm, willst du mich verarschen? Hallo? Danke. Danke. Ich bin mir. So. Ich bin gar nicht begeistert, dass Walens Visage überall hängt. Oder von seiner Basis. Oh, einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit Walens wertvollem Notizbuch. Und wer wird das sein? Ich weiß nicht. Hab nur mitbekommen, dass sie sich später treffen. Vielleicht um zu entscheiden, wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf. Der Führer. 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 Tja, aber nicht mehr jetzt in dieser Folge. Daher bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein, euer Zahlelf. Bis zum nächsten Mal.